Die heutigen Veranstaltung, Boxer, bei den Männern in der Luftversicht, im Schwerrecht, Martin Ruhmann, von Siegensky in der Rückenke, gegen Wiesland, als würde Dritter in der Rückenke. Die steigende Veranstaltung, von Siegensky in der Rückenke. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Schöpfe 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 24, 25. Auf Wiedersehen. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.